ARD Text im Auftrag von Funk Wir hätten auch Glück gehabt mit dem Wehe, was? Tatsächlich, die. Wie das Shit wäre. Doch, hab ich jemals gedacht. Da fangt lieb's an zu reden. Oho, bekommt nix. Prost, Prost. Weißt du was? Ich hab wohl... ...bann ich Hunger. So, ein bisschen Hunger habe ich auch. Ich hab noch ein Brötchen. Ja, ein Brötchen. Fett von Satellen. Ja, das ist eine Idee. Ja, das muss man machen. Johan, können wir her. Jo. Hier, nimm mal auf. Oh! Ist da nicht hier ein Knüster von Olga? Ja. Oh, du hast nicht mehr in die Schule gekommen, ne? Ja. Oh. Ach, Johan. Johan, ne? Wenn ich groß bin, dann heirate ich dich. Jo. Das mag ich immer, wenn wir groß sind, ne? Ja. Jo. Oh. Oh. Henrik, du hast doch kein Maserbind. Oh, Moment, Töbsmord, ich rull war. Ja. Jo. Jo. Du grieber nur die Unababdele, du. Was ist da denn vor ein Ding? In der Brotmaschinen? Tjum. Nu har ich noch ein Nivein. Tjum. Tjum. Wie die Kackenpicken, du. Ja. Guten Appetit. Jo. Dankeschön. Hm. Das ist gut, ne? Jo. Das ist mal ein bisschen dröh. Jo, hier. Erst den Beinen. Danke. Prost, ich meine Prost. Hoch im Norden, du wei ein roher Wind. Hoch im Norden, wo wir zu Hause sind. Hoch im Norden. Hör auf, du Kittel. Mein allerliebster. Hör auf! Du weck, Mensch. Du weckst nicht, du sind hier. Loh, da weh! Oh, oh, komm weg, Jel. Loh, da weh, Mensch. Loh, da weh, Mensch. Loh, da weh, Mensch. Du kickst hier, Jel.